ja hallo zusammen was gibt es schöneres als sein hobby mit dem beruf zu verbinden ich stehe hier an der düssel bei schöller bin gerade hier hingelaufen und auf meiner laufrunde nehme ich jetzt hier eine wasserprobe diese probe geht dann morgen ins labor dort analysieren wir sie mit einer flüssig flüssig extraktion aber seid gespannt alles weitere dann in einem der nächsten videos auf gersten tv